Ja, danke schön. Danke. Ich glaube, man kann nur unten stehen bleiben, oder? Ja, man kann nicht nur unten stehen bleiben. Ja, man kann nicht nur unten stehen bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann auch hier nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Sea Life Center und hier im Aquado Berlin. So, welcome again to the Sea Life Center and to the Aquado Berlin. Sie befinden sich gerade im größten freistehenden Aquarium der Welt. Und das einzige mit einem Aufzug. Sie stehen jetzt in der Welt's größten freestanding Tank und der einzige mit einem Elevator. Der Aquado hat eine Höhe von 25 Meter, einen Durchmesser von 12 Meter. Von der Innenscheibe zur Außenscheine sind es 3 Meter. Der Aquado ist 25 Meter high, der Dianne meter ist 12 Meter. Und die Distanz zwischen dem Inneren und dem Outer Circle ist 3 Meter. Die gesamte Konstruktion hat ein Gewicht von 2000 Tonnen. Und bei der Fahrstuhl allein 25 Tonnen liegt. Die entire Construction weighs 2.000 Tonnen. Whereas the Elevator just by itself weighs 25 Tonnen. Im Aquado haben wir eine Million Liter Wasser und 33 Tonnen Salz aufgelöst. Eine Million Liter Wasser, darunter kann man sich ja nichts vorstellen. Ich gebe einen Anhaltspunkt, das ist eine volle Badewanne am Tag. Und das über 20 Jahre. Wir haben jetzt eine Million Liter Wasser und 33 Tonnen Salz. Eine unserer vielen Stars hier drin ist natürlich die kleine blaue mit der gelben Schwanzflosse. Das ist die Dori von Philipp Nemo, der Palette Dokterfisch. Der wichtigste Fisch in diesem Tank ist der kleine blaue Fisch mit der gelben Teelfin. Dieser Fisch ist bekannt von fast allen Kindern in der Welt der Story von dem Film Finding Nemo. Das ist der Palette Surgeonfisch. Wenn Sie einen kleinen gelben Fisch sehen mit einem schwarz-weiß gestreiften Gesicht, dann sehen Sie die sogenannten Fuchsgesichter. Im Aquarium haben wir insgesamt ca. 1500 Fische aus 80 verschiedenen Arten. Der Aquarium hat 1500 Fische aus 18 verschiedenen Species. Um uns herum befindet sich übrigens das Reddison Blue Hotel. Auch nicht schlecht für die Gäste, die hier direkt ein Zimmer haben. Fenster auf, Meerblick und das mitten im Berlin. By the way, around us, there is the Reddison Blue Hotel. Die kleinen Silbernen mit den gelben Schwanzflossen um uns herum, das sind die Silberflossenblätter. Small silverfish around us with the yellow Teelfin, these are the silver ones. Wenn Sie einen schwarzen Fisch sehen mit einer sichelförmigen Schwanzflosse, eigentlich sehr markant, dann sehen Sie den Rotzahndrückerfisch. Das ist der aggressivste Fisch hier im Aquarium, wird auch gerne Vampirfisch genannt, aufgrund der spitzen Eckzähne. If you see a blackfish with a crescentailfin, then you see the red-toothed Triggerfish. There is the most aggressive fish in this tank, also called Vampirfisch, because of its red-toothed Seeding eye teeth. Wenn Sie hier oben einen Fisch sehen mit einer langen Nase, eigentlich sehr auffällig, eine lange Nase wie Pinocchio, dann sehen Sie die langen Nasen-Nashornfische. If you see a fish with a long nose, a long nose like Pinocchio, then you see the spotted unicornfish. Wenn Sie jetzt in Richtung Fahrstuhltür schauen, für die untere Etage in wenigen Sekunden zu sehen, dann sehen Sie eine kleine silberne Leiter, beziehungsweise etwas weiter oben eine Tür. Das ist der einzige Ein- und Ausgang in unser Aquarium. Von hier aus tauchen täglich drei bis vier Taucher ab, um die Scheiben im Aquarium zu putzen. Das ist ein Fulltime-Job, wenn man so will, wird wirklich jeden Tag dabei. Ja, und von hier oben werden dann auch unsere Fische gefüttert. On the front side now you can see the diver area of the Aquarium. Every day three to four divers go into the tank in order to clean the windows and to observe the fish. It's a fulltime job, they do it every day. So, wir machen hier oben jetzt einen kurzen Halt, fahren aber gemeinsam wieder runter. So, we make a little stop here, but this is not the end of our journey. Vielleicht noch mal kurz was zu den Scheiben im Aquarium gesagt. Die kommen aus einer Firma aus den USA, wurden in einem speziellen Schweißkleberverfahren hergestellt. Das Acrylglas hier oben hat eine Dicke von 16 Zentimetern und unten aufgrund des erhöhten Wassertrugs sogar 22 Zentimetern. The paintings of the Aquarium are made in the U.S. and are made of the crude glass. The paintings here in the higher level are 16 Zentimeter and in the rear level 22 Zentimeter thing.